So, zu unserer 58. Challenge wollen wir heute den Trick Sohle weg machen. Ich möchte ihn ganz kurz zeigen. Und zwar ist der besonders gut, wenn ich alleine auf dem Torwart zu laufe, was ich laufe und zu täusche an. Ich ziehe ihn mal an der drückte Sohle weg und mache den Trick gerade. Also wir laufen, Sohle weg und dann drüber. Wir wollen dazu Ribéry-Wänden machen und packen, tipptap und Fußwechsel noch mit rein. Okay, wir legen los und zwar brauchen wir hier zwei Hütchen im Abstand von 2,5. Besser wäre wieder ein bisschen mehr Platz. Und zwar starten wir hier auf der linken Seite. Schieben wir den Ball an. Sohle weg, schöne Ribéry-Wände raus, Fußwechsel rein. Sohle weg, schöne Ribéry-Wände raus, dann tipptap, Sohle weg, Schlussfinde rausschlagen, tipptap, Sohle weg, Schlussfinde, Ball rausschlagen und dann wir müde von vorne beginnen. Haut rein! 2 2